Hallo, mein Name ist René Christian Effinger. Als Executive Director verantworte ich den Bereich der Makromedia Akademien. Mein Name ist Jill Karalampides. Ich bin die Managerin der Akademie in Köln. Hallo, mein Name ist Albrecht Schulze. Ich komme von der Makromedia Akademie in Osnabrück. Mein Name ist Julia Staron und ich leite die Akademie in Hamburg. Mein Name ist Theo Brigge. Ich bin Manager der Akademie in Stuttgart. Hallo, mein Name ist Gert Zöffner. Ich bin der Manager der Akademie hier in München. Der größte Akademiestandort in Deutschland. Wir haben, finde ich, eine sehr schöne Atmosphäre bei uns in der Akademie. Die Akademie in Hamburg teilt sich also ein und denselben Standort, den ein und denselben Campus, zusammen mit der Hochschule, was sehr spannend ist und was ganz viele Synergien mit sich bringt. Wir haben 153 Auszubildende. Ein großer Teil davon ist in den Firmen, im Praktikum. Wir arbeiten dort mit ausgesprochen namhaften Firmen zusammen. Wir haben den Mediengestalter Digital und Print. Wir haben den Mediengestalter Bild und Ton. Wir haben Veranstaltungskaufleute, Kommunikationskaufleute. Aber was ganz Besonderes, wir haben auch den Digital Media Engineer. Irgendwas mit Spielen, sage ich immer ganz gerne. Da ist die Möglichkeit, mit einem mittleren Bildungsabschluss, also mit mittlerer Reife, den Bachelor zu erreichen, was eine ganz große Besonderheit bei uns ist. Wir geben von einigen Firmen aus dem Medienbereich, Kommunikationsbereich, in dem unsere Schüler dann auch zuweilen Praktikantenfirmen finden und auch Projekte möglich sind. Die Schüler wirklich alle rausgehen und haben ein ganz tolles, hochwertiges Zertifikat und eine gute IHK-Abschlussprüfung. Grundsätzlich ist die Macromedia halt insgesamt ein guter Laden, der vielen Leuten eine Möglichkeit gibt, in Bildung und Ausbildung weiterzukommen. Wenn du Lust und Spaß hast an der Arbeit mit Medien, mit Events und mit IT, dann melde dich einfach bei uns. Wir schauen mit dir in die Zukunft, gestalten dir und schauen, wie deine berufliche Zukunft ausschauen kann. Geh auf unsere Website, ruf uns an. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank.